Leverkusens Frauen kassieren späten Ausgleich in Bremen Bayer Leverkusen hat einen Triumph nebst Werder Bremen tardiv noch aus der Hand gegeben, blieb aber wenn schon in dem sechsten Saisonspiel ungeschlagen. Vor 22.127 Zuschauern in dem Weserstadion kam Leverkusen an dem Samstag zudem 1-1, 0-0, und schob sich zunächst auf Sportstätte 2 vor. Bremen bleibt Tabellen-Neunter. Mit einem weiteren Triumph hätte Bayer zumindest vorübergehend sie Tabellenspitze übernommen. Bremen hat in der ersten halben Menge sehr streitlustig attackiert. Wir haben uns schwergewichtig getan, sagte Leverkusens Trainer Roberto Petzold nebst. Nach der Pause haben wir es verfeinert künstlich und sind in Leitung gegangen. Der Pressung von Bremen wurde gegen Einstellung aber immer größer, aber es ist echt ärgerlich, dass wir hinter so einer Kante den Bilanz kassieren. Petzold änderte sein Startelf hinter dem 1-0-Heimsieg gegen den FC Carl Zeiss Jena auf einer Meinung, Auf der Rechtsverteidiger-Meinung ersetzte Angele Vidal sie verletzte Ski in Ennis Hansen, Teil Sinnenriss in dem rechten Oberschenkel. Beide Teams konzentrierten sich auf sie Defensivarbeit, zwingende Torchancen gab es zunächst nicht. Kaum Torchancen in der ersten halben Menge. Mit der ersten guten Opportunität in der ausgeglichenen Partie wäre Bayer beinahe in Leitung gegangen. Doch hinter Eingabefeld von Caroline Kehrer rutschte Cornelia Kramer, 22., der Ball weiterführend den Fußrücken und sie Angreiferin schoss aus 9 Metern markant weiterführend dasjenige Tor. Diese Eventualität blieb stark sie alleinig nennenswerte, es mangelte auf beiden Seiten an Genauigkeit in dem Spielaufbau, sie Teams neutralisierten sich in dem Mittelfeld. Kurz vor der Halbzeitpause wurde es hinter einem Bremer Aggression weiterführend sie linke Facette wie gehabt gefährlich. Doch hinter einer scharfen Hereingabe von Ricarda Walkling, 44., kam in der Mittelpunkt niemand an den Ball. Nach der Pause vergab Leverkusen sie bis nachher beste Eventualität. Leverkusen steigert sich hinter der Pause. Kehrer setzte sich auf der linken Facette durch und spielte seicht in sie Mittelpunkt, irgendwo Carolina Leafel Jalmsdott hier verpasste. Der Ball aber zu einer am Ende stehend postierten Janu Levels, 57., gelangte. Diese verfehlte dasjenige Stargeck mit einem Schlenzer aus etwa 10 Metern aufgrund dessen Haaresbreite. Fünf Minuten bei späterer Gelegenheit fiel sie Leitung für Bayer, bei Mithilfe der Bremer Defensive. Einen verunglückten Abstoß von Werders Keeperin Livia Peng erlief Leverkusens Kehrer, 62., und zog aus halblinker Meinung in den Strafraum. Ihr Schuss wurde von Bremens Juliane Wirtz abgefälscht, sodass der Ball unhaltbar in dem kurzen Eck einschlug. Leverkusen lauerte im Folgenden vermehrt auf Konter, Bremen blieb satirisch und wurde offensiver. Später Bilanz hinter einer Kante. Bayers Torhüterin Friederike Repolperierte in dem Nachfassen einen Unternehmung von Larissa Mühlhaus, 75., in dem direkten Gegenzug scheiterte Kramer an Peng. Mühlhaus, 79., hatte etwas später zwei alternative Chancen, doch zunächst traf Selbige den Ball nicht belegt und scheiterte im Folgenden an dem Außenpfosten. ить К carer 40. 30. 41. 41. 41.